was geht abschnecksches freunde willkommen zurück zu einer neuen folge von ghost of tsushima was gasthaus reiseerholung ja die mission ist finde juna südlich des fischerdorfs kichi warum liest du es dann nicht vor wenn du so gut japanisch kannst kann ich nicht erst mal sind wir im gasthaus reiseerholung besiege die mongolen okay gedrückt halten bis er dich angreift und dann was wieder drücken wer greift für euch an ja doch was weiß ich denn so lange du drückst drauf ja und wenn er dann angreift drückst du nochmal drauf habe durchgemacht wo wuuh 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 jawoll alter hast du den fußfeger gegeben wen fußfeger fuß weggeballert äh schön wuuh was war das aha durchkriechen was ist das denn wer meckert denn da so rum wo bist du denn hallo irgendwo versteckt er sich hallo wie weicht man denn aus kreis ja aufstehen kannst du glaub ich noch leben ja will ich ja das geht nicht fuck hä ja von vorne ja 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 diesmal war ich schneller wahnsinn na wo seid ihr denn oh genau so oder ich frage ob du die jetzt auch von hinten angreifen kannst ne ich glaub nicht oh 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 da ist der große wieder ich will mir opa ich vergesse mal ausweichen ich vergesse mal ausweichen jawoll da unten liegt ja was essen oder so n zeug bitte ressourcen da eisen jetzt mit R2 in links kommt jemand oh shit oh 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 haир oh 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 Anführer getötet weiter geht's vor dir hinter dir ja dann musst du erstmal hingehen Ich hab das mit dem Ausweichen immer noch nicht so ganz kapiert anscheinend Pass auf, links neben dir Drück mal heilen Yeah Aber du sagst Ausweichen mit Kreis Ja Kreis, wenn du nach links und rechts bewegen Okay Sorry So Vielleicht kannst du dich hier mal umgucken, ob du es verlust Jo Habe ich vor Nope Vielleicht da drüben Geh halt mal gucken Ja Uff Ich wollte da runter Ich glaub du kannst auch so runter schwingen Nö so So Du musst es lieber runter sliden Mhm Mhm Das Gehirb Nichts What Aha Ah Eisen Mhm Juch Du warst doch vorhin schon drin ne? Äh weiss ich nicht ne 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 Rechts auch noch was Durchkriechen Hm Vielleicht kommst du irgendwo hin Wohin denn? Das ist doch nett Da kann man sich auch gegebenenfalls verstecken Mhm Ist aber geil wie sich die Ansicht ändert Gefällt sie dir? Total Ja Ja Dann ruf doch dein Pferd und renn weiter Ja Hallo Was geht ab? So So den Wind entlang 200 Meter Wo jetzt? Na das ist doch nett Bin ich der Wind oder was nach links würde ich sagen Hä? Na der Wind geht doch geradeaus dahin Das So leicht nach rechts so Vorräte Danke Danke Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Das ist doch nicht im Wind lang Nach links Das ist rechts Wie rettet man denn schnell? Äh weiss nicht Gerade nach vorne drücken einfach mal Schneller Oh Ah So Ja Du bist doch gleich da 50 Meter oder 60 50 Hier vielleicht Irgendwo da Ja 30 Meter Der steigt einfach ab Echt? Ja Dann musst du aufpassen Dann gehts irgendwo drin ab Hoch Deh Warte Hallo Hallo Oh Der Krieger Codex Was? Mhm Mhm Erreiche einen Ausflug beim Gefangenenlager Die Frage ist ob man sich da umgucken kann Oder ob wir uns überhaupt da umgucken sollen Könnte schon sein Könnte schon sein Könnte schon sein Wie reitet die denn? Haha Wie reitet die denn? Haha Halt Was hat er von alleine gesammelt? Hab ich genommen Okay Schreit hier einfach mal den Weg lang Ja 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 Die Meter werden zwar grad mehr Aber es kann schon sein Ja Aber der Wind zeigt dahin Ja es wird jetzt wieder billiger Das Wetter sieht beschissen aus ne? Das Wetter gefällt mir auch nicht so Da hinten noch qualmt was nach oben Ja Ich denke du musst irgendwann rechts lang oder so Denke ich weiß es nicht Kann mich auch täuschen Aber der Wind tut ein bisschen dahin So dass man da runter kann Hä? Okay Okay Darf man nicht Wo sind die? Keine Ahnung Was machen die denn? Alter Halt 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 Hä? ja fast wie ein seemanns körper von 5 es war gerade eher so ich mache einfach mal ich verstehe aber nicht warum wir nicht selbst über das springen konnten du musst du hast ja ja mann ey was ist denn nach links weißt du entweder soll die alte doch den blöden weg vorgeben links links ja gehst du runter was runter natürlich zu diesem dorf oder was da ist oder diesem haus ja guck doch mal nach links dann siehst du es jetzt natürlich nicht oder stein das jetzt da kommt schon ein pferd gar nicht runter ja willst du sehen was er dir anzeigt ja mit dem pferd wäre das mal nichts geworden wahrscheinlich nicht ist ja geil oh man warum macht ihr das denn ich verstehe es nicht wie x ich mach doch x ein Stück nach rechts hoch geh ich doch macht er nicht ich verstehe es ja auch nicht ich auch nicht was soll ich dir sagen ja ich muss mich noch veräppeln oder ich weiß nicht 60 meter kommst näher rechts 50 meter 40 dann sieht gut aus 30 ja ich will ich will es es l ich Ah... Okay. Doch nicht? Ja, könnte man rein, okay? Okay. Ja, ich habe ihn nicht nur in der Zeit, weil ich nicht so viele Menschen, die sie nicht beschleunigen. Ich habe ihn nicht mehr als die Erwartung. Ich habe ihn nicht mehr. Diese Himmel war damals noch nicht so, was ich. Aber die Hände, die sich in die Welt verletzten, um zufrieden und sich zufrieden. Wir haben uns gemeinsam mit dem Leben, die wir uns für die Erwartung haben. Wir haben uns für die Erwartung des Lebens. Wir haben uns für die Erwartung des Lebens. Ich habe mich nicht verletzt. Ich bin auch so, aber ich muss nicht wirklich tun. Das ist doch nicht so, was ich. Ich habe mir keine gute Moments gezeigt, was ich. Ich habe mich auch nicht verletzten, um meinen Eltern zu helfen. Aber es ist nicht so... Ich bin sehr, was ich. wir sind nur jetzt treffen dunklen anders die lücke in der nähe des lager tors okay Oh, da hinten sind, was? Können wir denen was machen? Nee, die haben auch noch was. Ah. Ich dachte vielleicht steht da einer. Wo? Na, es war nur so ein Stück Baum. Hm. Okay. Den kann man vielleicht im Stealth-Modus killen, wenn man sich von hinten annähert. Wenn man sich von hinten annähert, dann kann man sich von hinten annähert. Dann kann man nicht so sein, dass man sich von hinten annähert. Haha. Ja, stört sogar Falle den Mongolen in den Rücken. Attentat! Hm, das mach ich ja am liebsten. Ich find das auch geil. Ich weiß auch nicht warum. Anschleichen! Ich hatte gelesen, dass man das ganze Spiel so spielen könnte. Ja? Ja. Muss mal vielleicht locker sein, langsam gucken und sich im Anschleichen. Ja. 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 Das war's für heute. Oh, ja. Oh, ja. Das ist der Samurai-Kodex. Das ist der Samurai-Kodex. Das ist der Samurai-Kodex. Das ist der Samurai-Kodex. Fokussiertes Hören Fokussiertes Hören einzusetzen, dies enthüllt die Positionen neuer Gegner und verlangsamt deine Bewegungen Interessant Also einfach mal auf die Mitte drücken Nochmal Okay Finde Taka Bleibt es so, oder was? Oh, da rechts noch einer Da war ein Glühwürmchen Okay Wie süß Die Frage ist, ob du das jetzt überhaupt brauchst bei jedem Angriff, ich glaube nicht, oder? Naja, ich weiß nicht Ich glaube, das ist eher so ein Instinkt, so weißt du? Mhm Da im Schwein ist noch einer Yeah Ich muss da aufpassen Nicht, dass sich da irgendeiner sieht Wer ist denn das da hinten? Tja, vielleicht auch ein Feind Musst du mal gucken gehen Auf jeden Fall ist das ein Feind Fuck Ich hab ja einfach den Hals umgedreht Ja, die Vorwürde Da links ist auch was Reisen Mach mal an Einer Ist noch einer rechts Und das ist nur der eine Sieht aus, als würde vor dem noch einer sein Okay Dann täusche ich mich noch Ich kann öffnen und gedrückt halten Nicht Taka, okay Rechts ist Eisen oder so ein Zeug Hinter dem Zelt wartet einer Drinnen? Nee, da rechts Ja, den hab ich schon gesehen Warte, da ist es Taka, komm Lass uns mal sehen Nein Taka, das ist nicht Taka Einfach mal die Füße weggefegt Hm Ja, mach auf Stimmt, du musst da frei gemacht werden Ich muss den anderen da auch frei bleiben müssen Sprechen Ne, den anderen Obwohl Hm Was, formiere dich neu mit Yuna außerhalb des Lager Warum? Haben wir den schon gefunden oder was? Keine Ahnung Wir sind nun auf jeden Fall zu dritt Hm Was, der den wir freigelassen haben Ja Den anderen haben wir nicht freigelassen Oh, Blumen Glühwürmchen Ich glaub live hab ich schon 20 Jahre keine mehr gesehen Ich auch nicht Ich glaube nicht Stimmt, du hast du dich Ich frag mich Anfänger Was ist Nein Es ist Wir haben D� Verabhängig Wenn Verabhängig Azam Was Was Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Ich bin ein Freund von Azaamon. Ich bin ein Freund von Azaamon. Ich bin ein Tzut und der Kanteil. Ich bin da. Es war nicht so leicht. Ich bin ein Wunscherz. Ich bin ein Wunscherz. Ich bin ein Wunscherz. Das ist das. Das stimmt. Ich habe alles verloren. Ich bin noch nicht auf der Reise. Die Reise. Ich bin der Reise, und habe mich hinterher Gehäi gelegt. Ich bin noch nicht auf der Reise. Ich bin noch nicht auf der Reise. Ich bin immer noch einig, ich bin. Ich bin auch. Es ist wichtig. Wie ist die Sushima? Ich bin auch mein Vater. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Naja, der Kriegerkodex, das wissen wir mittlerweile. Oh. Yes. Schlecht. Was, du hast einen Technikpunkt verdient, setze ihn ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir im Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Okay. Ablenkung. Oder ausweichen. Ausweichen? Ja. Yay. Geupgradet. Yes. Okay. Rolle dich über den Boden, um Angriffe zu entgehen. Zum Rollen, Doppelkreis. Vielleicht Schlamm am Körper, okay? Oh, perfekt. Okay. Cool. Kannst du das andere auch noch machen? Ich glaube, da kann ich nichts mehr machen. Kampfhaltung. Steinkampfhaltung. Nee, ich kann hier nichts mehr drücken. Das steht doch halt drückt. Ich habe gedrückt, um eins zu kaufen. Okay. Das war's jetzt. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Und tschüss. Danke. Danke. Danke.